Ist das Ihr Sohn? Ja, so ist es. Würden Sie ihn bitten, nicht die ganze Zeit den Wagen zu betatschen? Nein, 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 Petey, ist schon okay. Wer sind Sie? Verantwortlich für die Markteinführung des Mustang. Oh, wenigstens wissen wir jetzt, wer verantwortlich ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, Lenny? Leo. Er sieht wirklich fantastisch aus, aber innen drin ist er wie ein Klumpfett, aufgemotzt, um zu blenden. Mein Rat ist, verbannen Sie den reinen Sechszylinder und das Dreiganggetriebe, verkürzen Sie den Radstand, machen Sie ihn irgendwie eine halbe Tonne leichter und senken Sie den Preis. Dad. Aber selbst dann nehme ich lieber einen Chevy Chevelle. Und das ist wirklich ein Packswagen.